Ohne zuverlässige Kälte- und Klimageräte gäbe es keine Windparks, keine Bohrinseln oder Ölraffinerien. Ohne zuverlässige Kälte- und Klimageräte gäbe es auch keine Blutbanken, keinen Komfort auf Kreuzfahrtschiffen, keine Supermärkte, keine sicher und zuverlässig gekühlten Lebensmittel. Roller ist der Partner, wenn es um hochwertige Kälte- und Klimageräte made in Germany geht. Egal ob Serienprodukte für den Einsatz in der Kälte- und Klimatechnik, Wärmeübertrager für die Lüftungstechnik oder Sonderlösungen für den Maschinen- und Anlagenbau. Zuverlässigkeit hat bei Roller Tradition. Bereits 1946 begann Walter Roller in Gerlingen bei Stuttgart mit dem Bau von Lamellensystemen und Verdampfern. Schnell nahm das Unternehmen einen rasanten Aufschwung und setzte Meilensteine in der Entwicklung moderner Wärmeübertrager, einem der ersten Hochleistungsluftkühler und Klimageräten. Dem Credo Made in Germany ist Roller bis heute treu geblieben, weil die Geschäftsleitung besonderen Wert auf Kundennähe und kontinuierliche Qualität legt und weil Roller bereits in der dritten Generation Inhaber geführt ist. So arbeiten am Stammsitz in Gerlingen bei Stuttgart über 100 Mitarbeiter, nicht nur in der Fertigung, sondern auch in der Entwicklung. Hier entstehen im Dialog mit dem Vertrieb Ideen und Lösungen für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen unserer Kunden aus den verschiedensten Branchen. Immer im Fokus Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. Ein großer Vorteil sind die kurzen Informations- und Entscheidungswege. Der permanente Dialog zwischen Fertigung und Entwicklung, ein wesentlicher Baustein für erfolgreiche Produkte, möglich durch die räumliche Nähe und unsere erfahrenen, engagierten Mitarbeiter. Mit unserem modernen und vielseitigen Maschinenpark fertigen Sie alle notwendigen Teile hier vor Ort in Gerlingen. Dabei verwenden wir nur hochwertiges Material, zum Beispiel Aluminium für Gehäuseteile, damit unsere Produkte über Jahrzehnte korrosionsfrei arbeiten können. Alle Teile werden in unserer modernen Pulverbeschichtungsanlage mit widerstandsfähigen Oberflächen versehen. Das dient nicht nur einer gleichbleibend hohen Qualität, so sparen wir auch Zeit und Transportwege, um unsere Produktion effizient und wirtschaftlich gestalten zu können. Die eigene Fertigung ist besonders wichtig, wenn es um die Kupferrohre geht. Sie bilden später schließlich das Herzstück eines jeden Wärmetauschers. Abweichungen in der Materialgüte oder Stärke würden die Lebensdauer unserer Produkte verkürzen. Deswegen haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Qualität. Wenn alle Komponenten fertig sind, kommen sie hier im Zentrum unserer Produktion zusammen und es beginnt der eigentliche Bau der Wärmetauscher. Die Erfahrung unserer Mitarbeiter ist hier mindestens genauso wichtig, wie unsere hochpräzisen Spezialmaschinen. Qualität bedeutet bei Roller, dass es eine lückenlose Kontrolle gibt. Jeder Wärmetauscher wird in einem speziellen Becken einer Druck- und Dichtheitsprüfung unterzogen, bevor er dann seiner weiteren Verwendung übergeben wird. Erst wenn dieser Test bestanden und alles einwandfrei ist, bekommt ein Wärmetauscher sein Gütesiegel. Das Rollertypenschild. Nun verlässt er entweder so unsere Fertigung oder geht eine Halle weiter in die Montage unserer bewährten Seriengeräte. Die elektrischen Elemente werden montiert und geprüft. Das ist sozusagen die Hochzeit, wenn Gehäuse, Wärmetauscher und Innenleben zusammenkommen. Nun ist der Roller-Luftkühler fertig und bereit für den Einsatz beim Kunden. Eine weitere Stärke von Roller ist der Sonderbau. In diesem fertigen wir Lösungen für jede Problemstellung. Winzige Wärmetauscher für den Spezialmaschinenbau oder individuelle Einzelstücke. Hier schlägt sich die Erfahrung aus der Serie nieder in innovative und zuverlässige Produkte. In unserem Prüf- und Messlabor können unsere Ingenieure die Aufgaben der Luftkühler in der Kältetechnik bereits in der Entwicklungsphase simulieren und die Geräte testen. Neben den Funktionstests kann die Leistung der Endprodukte nochmals überprüft werden, bevor sie dann zu unseren Kunden gehen. Immer wichtiger ist das Thema Energieeffizienz, dem Roller durch innovative Ideen und hochwertige Komponenten mehr als gerecht wird. Fortschrittliche Ideen, motivierte Mitarbeiter, hochwertige Materialien, made in Germany. Das sind die Komponenten für unsere Produkte, um im täglichen harten Einsatz in der Kältetechnik optimal zu bestehen. Energiesparende Motoren, dickwandige Kupferrohre, starke Aluminiumlamellen, effiziente Abtaussysteme, um nur ein paar Dinge zu nennen. Aber ein High-End-Produkt nützt nur dann etwas, wenn auch Beratung und Service stimmen. Und da kommt unser erfahrenes Vertriebsteam zum Einsatz. Egal ob Großauftrag oder Modernisierung, im Dialog mit Kunden, Planern und Projektmanagern finden wir entweder das richtige Produkt aus dem großen Roller-Serienprogramm oder die passende Einzellösung, die dann speziell zugeschnitten wird. Wir setzen uns mit ihrer Aufgabenstellung auseinander, natürlich auch direkt vor Ort. Zuverlässig, kompetent, weltweit. Weil wir wissen, was in unseren Produkten steckt und wir wollen, dass sie jederzeit auf uns zählen können. Unsere eigene Logistik garantiert die termingerechte Auslieferung. Egal wohin, egal wie schnell. Mit Roller können sie sicher und zuverlässig planen. Roller-Produkte sind erfolgreich, weil Beratung, Service und Fertigung 100% made in Germany sind. Und deswegen finden Roller Kälte- und Klimageräte sowie Wärmetauscher Anwendung rund um den Globus. Und deswegen finden wir die Auslieferung.